Okay, ihr habt euch gegen einen eigenen Shop entschieden, dann kommt jetzt die Frage, welche Drittmarktplätze, welcher Drittanbieter könnte zu euch passen. Gehen wir sie mal der Reihe nach durch. Als erstes Instagram. Instagram ist sicherlich sowas wie das Schaufenster für euren Laden und vor allem das Schaufenster auf eure Produkte. Es geht also darum, eure Produkte in Fotos zu inszenieren und dann auch zu beschreiben, was auf den Fotos am Ende zu sehen ist. Viele Menschen suchen zum Beispiel nach den sogenannten Hashtags, also diesen doppelten Kreuzen. Und wenn man dann zum Beispiel eine Duftkerze verkaufen möchte, dann muss man wahrscheinlich auch irgendwo unter dem Foto das Hashtag Duftkerze reinschreiben. Genauso wie den Preis und genauso wie den Hersteller und die Details, die man wissen möchte, der wirklich kaufen will. Darum geht es Inszenierung, aber auch klare, einfache, kompakte Informationen im Accountprofil und unterhalb der Fotos. Am Ende kaufen die Leute meistens bei Instagram direkt über eine Nachricht an euch innerhalb von Instagram, die sogenannte DM, also Direct Message oder Direct Message. Alle anderen Informationen zu Instagram gibt es nochmal im separaten Video. Kommen wir erstmal zur zweiten Möglichkeit vielleicht, WhatsApp. Das Schöne an WhatsApp ist, man hat einen direkten Kontakt zu seinen Kunden und hat die Möglichkeit, ganz unmittelbar zu kommunizieren. Allerdings halt nur zu Menschen, die sich dort aktiv anmelden oder deren Telefonnummern oder Kontaktdaten man anderswo bekommen hat. Auf der WhatsApp-Plattform selber kann man keine Neukunden generieren. Niemand wird einen bei WhatsApp finden. Diese Funktionen gibt es da einfach nicht. Wenn ihr WhatsApp nutzt, dann am besten mit einem WhatsApp-for-Business-Account. Also dafür eine dezidierte Telefonnummer einrichten, vielleicht sogar ein eigenes Handy, sich irgendwo einen Prepaid-Vertrag holen und dann WhatsApp-for-Business aufsetzen. Das ermöglicht einem eine reine Reihe von Sonderfunktionen. Zum Beispiel kann man einen Produktkatalog hochladen und seine Produkte dann direkt dort bei WhatsApp auch zeigen. Ich glaube, das macht total viel Sinn. Und gerade für Restaurantbetreiber gibt es natürlich noch die Plattform Lieferando. Das werden die meisten, die Restaurants haben oder Essen verkaufen, wahrscheinlich kennen. Problem dort, man gibt 13% seines Umsatzes an Lieferando ab, wenn man sich bei Lieferando anschließt. Wenn man die Logistikdienstleistung, also die Lieferfunktion von Lieferando auch noch nutzt, also die Essenausfahrten am Ende, dann muss man sogar 30% des Umsatzes an Lieferando abgeben. Dennoch gibt es mittlerweile ganz spannende Konzepte, sogar so etwas wie Restaurants, die dezidiert nur für Lieferando produzieren. Die haben gar keine eigenen Essensräume mehr, Restauranträume mehr, sondern verkaufen nur noch über Lieferando. Also man sieht, das kann auch sehr gut funktionieren, wenn man auf der Lieferando-Plattform gut gefunden wird und eng mit der Plattform kooperiert. Vielleicht noch ein Tipp, der mir am Herzen liegt. Tauscht euch aus. Ganz viele Menschen sind aktuell in derselben Situation und wollen ihr Geschäft jetzt in den digitalen Bereich hineinbringen. Und ganz viele haben es in den letzten Monaten und Jahren auch schon gemacht und probiert und da sehr viele Erfahrungen gesammelt. Und es gibt bestehende Plattformen, wo sich Leute austauschen. Dazu zählen insbesondere Facebook-Gruppen. Ich kann da empfehlen, die Facebook-Gruppe Wortfilter oder die Facebook-Gruppe Multi-Channel Rockstars oder die Facebook-Gruppe Gemeinsam Stark, Gemeinsam Digital. Jeweils geht es darum, zu lernen von anderen, wie entwickle ich mein Geschäft, was für Plattformen suche ich mir, wie mache ich Marketing, all die Fragen, die ihr jetzt wahrscheinlich auch gerade habt. Am Ende könnt ihr jederzeit natürlich auch uns schreiben und wir versuchen euch zu beraten, euch Tipps zu geben, wie ihr euch digital weiterentwickeln könnt. Wir kommen natürlich mit einigen anderen Videos noch auf andere Probleme und Schwerpunkte zu sprechen, insbesondere das Thema Marketing. Also klickt euch hier weiter, dann gehen wir die einzelnen Plattformen Schritt für Schritt durch.